Willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check. Heute am Donnerstag und auch heute an meiner Seite Thomas Bergmann. Hallo. Wer gestern nicht auf den DAX geguckt hat, der hat definitiv was verpasst. 1,7 Prozent hat er im Tagesverlauf und bis zum Ende des Tages dann zugelegt. Nicht nur die 11.8, sondern auch die 11.9 überwunden. Da waren nur noch knapp 40 Punkte bis 12.000 Punkte, Marke. Jetzt gibt er ein bisschen nach, 0,2 Prozent knapp, aber das dürfte jetzt auch nicht verwundern nach dem gestrigen Anstieg. Also wir sind sehr schnell gestiegen. Wir sind ja am Montag noch auf die Long-Seite und das waren jetzt drei Tage oder zwei Tage, zwei komplette Handelstage, wo er deutlich zugelegt hat. 450 Zähler waren das roundabout und dass man da jetzt mal kurzzeitig den Fuß vom Gas nimmt, ist ja völlig normal. Es gibt Neuigkeiten vom Brexit, dass das Unterhaus jetzt quasi mit einer Stimmenmehrheit dafür gestimmt hat, dass es keinen No-Deal-Brexit geben soll, dass man quasi die EU bittet, das Ganze aufzuschieben. Ja und ich sag mal, da kommt schon ein bisschen Entspannung rein, was das Thema betrifft. Handelsstreit heute will sich Trump mit dem chinesischen Vizepräsidenten treffen. Auch da kommt Bewegung rein. Also es gibt schon Gründe, die eben jetzt dafür sprechen. Dann schauen wir uns mal die Charttechnik jetzt an, was sich durch den gestrigen Anstieg geändert hat. Heute keine große Veränderungen. Also wir haben uns weiter von der 200-Tage-Linie entfernt. Wir sind hier in dem Bereich angedockt gewesen gestern. Von daher ist das schon mal ein signifikanter Widerstand gewesen. Wenn wir uns auf den Dreijahres-Chart mal schauen, möchte ich auf den Punkt Fibonacci-Retracement kommen. Also wir hatten Anfang 2018, denn das hoch bei 13.590, sind dann hier gefallen auf die 10.270 etwa. Und wenn man hier 50 Prozent dieser Abwärtsbewegung hier wieder ansetzt, dann landet man bei 11.935 Zähler, sprich dieser Bereich hier, was ich angesprochen hatte, in Verbindung mit dem Fibonacci-Retracement. Das ist schon ein sehr markanter Widerstand, an dem es schon öfters mal, also diese 50 Prozent Retracement sind schon statistisch betrachtet durchaus relevant. Natürlich nicht allein zu sehen. Aber es gibt immer wieder Phasen, da passt es. Jetzt muss man erst mal abwarten, ob wir diese Hürde in Verbindung mit der 12.000-Punkte-Marke, die eben jetzt auch hier verläuft, ob wir diesen massiven Widerstand jetzt gleich im ersten Anlauf überwinden oder ob wir nochmal Luft holen und dann vielleicht in einem späteren Anlauf da reingehen. Der kurzfristige Aufwärtstrend ist intakt. Wir haben einmal eben hier den kurz, also wie gesagt, einmal diesen primären Aufwärtstrend und hier den sekundären, also alles gut. Du hast es gerade erwähnt, am Montag seid ihr long gegangen. Wir sehen auch das Produkt gleich eingeblendet, aber heute Morgen seid ihr wieder ausgestiegen. Ja, wir haben aufgrund dieser Tatsache eben mal Gewinne realisiert. Wir sind hier, Verkaufskurs heute Morgen 12.53. Das sind nahezu exakt 30 Prozent und das in drei Handelstagen. Also da muss man auch mal was rausnehmen. Es gibt sicherlich neue Einstiegssignale. Das muss man erst mal abwarten. Wie gesagt, wenn wir über die 12.000 Punkte hinausschießen würden, da muss man eben wieder prozyklisch long gehen. Aber wie gesagt, ich denke mal, einen kleinen Rücksetzer würde jetzt nicht schaden. Und von daher, also als Unterstützungen habe ich mir die 11.823. Das war das alte Hoch, das alte Jahreshoch. Oder die 11, eine sehr wichtige Unterstützung, zumindest auf Schlusskursbasis ist die 11.770, 11.780. Dahin kann es jetzt mal zurückgehen. Und dann kann man in dem Bereich ja schon mal wieder eine erste Position auf der Long-Seite aufbauen, weil natürlich die Annahme ist, dass man sich im Handelsstreit einigt, dass das Brexit nicht so schlimm wird. Dann wäre die Angst, glaube ich, unbegründet, dass die Weltkonjunktur in eine Rezession rutscht. Und dann könnte es mit den Aktien weiter nach oben gehen. Gut, das war es erstmal für heute. Danke, Thomas. Danke auch Ihnen. Morgen um diese Zeit sehen wir uns wieder. Bis dahin.